Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Digitale Gesellschaft, der Verein ist bei uns jeden Mittwoch zu Besuch und bringt euch auf die neuesten Themen, auf den neuesten Stand, was eben Techie-Themen, das ist ein schreckliches Wort, Alexander, ne? Ach so schön. Sehr nötig. Genau und wir sind jetzt eben gleich ins Thema BND eingestiegen, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen zur Erklärung, was ihr genau macht. Wo ihr unterwegs seid, mit Volker Tripp zusammen bist du ja da ständig auf Achse, um uns über Dinge zu informieren, wo wir uns ja eigentlich, sag ich mal, der Otto-Normal-Smartphone-User, ob es jetzt U-Bahn zu Hause oder sonst wo ist, sich ja nie so einen Kopf macht, ne? Aber wir haben zum Glück euch, die sagen, hallo, Moment mal, pass mal auf, es gibt so viele Dinge, da sollte man sich schon mal Gedanken drüber machen. Genau, so ist es und also wir decken eigentlich die komplette Bandbreite von Netzpolitik ab, ob das jetzt Urheberrecht ist, ob das Datenschutz ist. Ob das eben komplizierte AGB sind, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss und so weiter und so fort. Also wie man sich im Internet bewegen kann, mit welchen Gefahren man da ein Stück weit auch konfrontiert ist und welche Probleme es eigentlich für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Und das sind oft eben lange, komplexe Themen, sind oft Themen, an denen man jahrelang arbeitet, also so eine Datenschutzreform in Europa, die dauert halt schon mal drei, vier Jahre, bis da die Verhandlung abgeschlossen ist. Da muss man kontinuierlich am Ball sein. Es sind teilweise eben auch sehr spezielle, sehr nördige Themen, die auch schwer zu kommunizieren sind. Und deswegen haben wir jetzt zusammen mit den Ligaturen oder vor allen Dingen die Ligaturen haben eben versucht, in einem kleinen Film das ein bisschen zusammenzufassen, zu erklären, wo eben genau diese Schnittstelle zwischen Alltag und Politik ist, an der wir halt eben arbeiten und versuchen hier eben für euch und für die Verbraucherinnen und Verbraucher bessere Zustände zu erreichen. Und von den Ligaturen hast du uns den Björn Deichner mitgebracht. Björn, ich grüße dich. Hallo, schön hier zu sein. Vielleicht erklärst du uns und allen, die zuhören auch gerade nochmal, was sind genau die Ligaturen? Die Ligaturen sind eigentlich ein Netzwerk gleichberechtigter Kunstschaffender und Kreativer. Da sitze ich jetzt eigentlich nur als so eine Form Abgesandter da. Es gibt sozusagen keinen Vorstand oder sowas. Wir sind eigentlich eine große Gemeinschaft, ein Netzwerk, das Daniel Franz vor ungefähr einem Jahr ins Leben gerufen hat. Und wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das kann Fotografie sein, Animation, Sounddesign, eben Filme, Internetfilme, so wie wir das jetzt für die DigiGas gemacht haben. Und wir können dadurch in unterschiedlichen Konstellationen inhaltlich und ästhetisch sehr anspruchsvoll arbeiten und stellen uns halt immer in den Dienst von gesellschaftlichen Akteuren oder Organisationen. Und so kam die Zusammenarbeit mit der DigiGas zustande. DigiGas, digitale Gesellschaft. Alex, wusste ich noch gar nicht von der DigiGas. Ja, das ist ein schlechtes Respekt. Ja, und ihr habt einen tollen Film gemacht, den haben wir schon online gestellt auf unserer Seite, fluxfm.de und auch bei unserer Facebook-Fluxfm-Seite. Da einfach mal reinklicken und sich dieses kleine Wunderwerk angucken. Was war euch wichtig da zu transportieren, um vielleicht auch mal zu zeigen, hey, das machen wir und macht mal die Augen auf. Denn es geht immer so unbedarft durch den Alltag und klickt mal hier einen Haken an irgendwelche AGBs und macht mal hier einen QR-Code klick. Und schon kann man manchmal mit offenem Mund vor einer großen Leinwand stehen. Ja, ich glaube, du sagst es genau richtig. Es geht so sehr schnell und unbedarft. Deshalb war es uns eigentlich ein Anliegen, erstmal einen längeren Film zu machen. Keinen schnellen Kurzfilm oder Imagefilm, sondern einen Porträtfilm, um eigentlich zu zeigen, was wir sehr schnell auch bemerkt haben, als wir uns mit der digitalen Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Die Probleme sind eigentlich die ganze Zeit für jeden von uns da im Alltag, aber sie sind nicht sichtbar. Und da eine Übersetzung zu finden, also diese Probleme des Trackings, zum Beispiel der Datenüberwachung, irgendwie visuell erfahrbar zu machen und sie sichtbar zu machen, das war uns ein Anliegen. Und zum anderen auch nochmal ganz konkret die Themenfelder der digitalen Gesellschaft abzustecken, indem wir so ein bisschen die Gesichter hinter dem Verein gezeigt haben, die man sonst nicht so sieht, aber die enorm viel machen, Vorträge halten, aktiv sind und so weiter und so fort. Und damit eigentlich auch einen Film zu schaffen, der langfristig für die digitale Gesellschaft eine Begleitung bildet. Und den man sich ja auch vor allen Dingen angucken kann in der Volksbühne im wunderbaren Berlin-Mitte. So ist es. Und zwar, klar, der Film ist auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel, YouTube-Digitale-Gesellschaft, aber wer das eben nicht nur auf dem kleinen Bildschirm sehen will, sondern jetzt auch mal in einer großen Atmosphäre auf der Volksbühne oder in der Volksbühne, kann am Sonntag zu einer Veranstaltung gehen, die Jugend Hakt heißt. Das ist eine sehr coole Veranstaltung, geht von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und da sind eigentlich Jugendliche unterwegs, die versuchen, ja, coole Sachen zu entwickeln, die im Alltag irgendwie ganz nützlich sein können. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel ein Projekt von jugendlichen Mädchen. Trefy haben die sich genannt als Gruppe. Und die haben so ein Standrad entwickelt, was an einem Baum steht. Und wenn man dann auf diesem Rad dann halt unterwegs ist und ein bisschen da in die Pedalen tritt, fängt da an eben, dass der Baum gegossen wird. Und gleichzeitig bekommt man eben kostenloses, freies Wi-Fi. Und solche Projekte werden da halt eben von Jugendlichen entwickelt, die komplett selbst, also kommen selbst auf die Idee, versuchen das irgendwie umzusetzen, in die Realität umzusetzen. Und die Präsentation dieser Projekte findet eben am Sonntag in der Volksbühne statt. Und am Ende der Veranstaltung um 14.30 Uhr wird dann halt eben auch unser Digi-Ges-Film da eben nochmal gezeigt. Und das ist ja auch ein sehr schönes Ambiente, wo man sich das mal angucken kann. Das Tolle an der Veranstaltung ist auch, der Eintritt ist frei. Also Sonntag, wer 11.30 Uhr nichts vorhat und bis 14.30 Uhr sich gerne coole jugendliche Projekte angucken will und unseren Film sehen will, sollte unbedingt da hingehen. Sehr schön. Und wir wollen natürlich auch, dass ihr noch bekannter werdet, weil es so wichtig ist, was ihr macht. Deswegen laden wir euch jedes Mal ein und sind auch dankbar, dass ihr die Themen hier ins Programm hievt für uns. Und wir können euch online verfolgen über digitale-gesellschaft.de. Da werden wir aktuell auf den neuesten Stand auch gebracht, was euch gerade im Kopf rumschwirrt und gesagt, das ist ganz wichtig, das muss auf die Agenda. Genau, so ist es. Da heften wir uns ran. Und es gibt viele, viele wichtige Themen, an denen wir arbeiten. Ja, und der Volker sitzt ständig in irgendwelchen wichtigen Sitzungen und macht den Mund auf und ist mit am Reden. Also wirklich, deswegen ist es total super, dass ihr da am Start seid und wir euch hier auch mit dabei haben. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr nochmal hier uns informiert habt. Und ich wünsche euch einen, jetzt fängt es an zu regeln. Guckt euch das an. Oh nein. Ich werde verrückt. Ich wünsche euch einen nicht regnerischen Mittwoch, wollte ich gerade noch sagen, aber das ist jetzt in die Hose gefallen. Vielen Dank an Björn Deigner, Teil der Ligaturen-Crew und Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft e.V. Dankeschön. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao. Flux FM. Flux FM. In digitaler Gesellschaft. In digitaler Gesellschaft.